Es gibt Leute, die sagen, ich habe sie nicht alle. Es gibt auch Leute, die sagen, ich sei total beknackt. Tatsache aber ist, ich bin Reporter und reise gern auf die unmöglichsten Arten per Anhalter durchs Land. Mal auf Schiffen, mal nur auf Motorrädern, mal mit einer Pferdekutsche ohne Pferd. Nun soll es im Rahmen dieser Tramper-Serie per Anhalter mit Luftfahrzeugen quer durch Europa von Dortmund in Deutschland nach Lissabon in Portugal gehen. Wie das funktionieren soll, keine Ahnung, schließlich hat es ja bislang meines Wissens nach noch niemand versucht. Vermutlich wird es das Beste sein, auf kleineren Sportflugplätzen nachzufragen, ob jemand zufällig in meine Richtung fliegt und noch ein Plätzchen für mich frei hat. Bei größeren Flughäfen werde ich wohl massive Schwierigkeiten haben, zu Tower, Rollfeld oder Hangar zu kommen. Auf jeden Fall bin ich mal wieder unterwegs, auf die Hilfe der Menschen angewiesen, die mir begegnen und die mit mir gemeinsam die Augen offen halten. Aber ich habe mir sagen lassen, dass der Flieger an sich grundsätzlich für jeden Spaß zu haben ist. Hallo! Doch ich werde wohl damit rechnen müssen, dass ich nicht überall in kürzester Zeit weiterkomme. Schließlich muss alles zusammenpassen. Gutes Flugwetter, geeignetes Luftfahrzeug und vor allem ein Pilot, der in meine Richtung fliegt und auch Lust hat, mich mitzunehmen. Guten Morgen! Die Regeln unterwegs, ich darf keine Linienflüge buchen oder für einen Flug bezahlen. Es soll ja auch schließlich keine Urlaubsreise werden, nicht wahr? Sonsten darf ich nehmen, was sich einigermaßen sicher in der Luft hält. Sportflugzeug, Ballon, Hubschrauber oder von mir aus auch ein ausgemusteter Space Shuttle. Ist mir egal. Hauptsache, ich komme irgendwann ans Ziel. Wie lange das Ganze dauern wird und ob es überhaupt funktioniert, ist völlig offen. Ich schätze mal, ich kann schon froh sein, wenn mich jemand ein oder 200 Kilometer weiterbringt, im besten Fall auch noch in die richtige Himmelsrichtung. Eines ist sicher, spannend wird es allemal. Du kannst dabei sein. Das gesamte Projekt wird auch während der Reise aktuell unter airtramper.com in Deutsch und auch in Englisch geblockt. Ich bin gespannt. Vielleicht läuft es ja auch besser als gedacht und es geht sogar über Lissabon hinaus. Wir werden sehen. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Untertitelung. BR 2018